Das Kapitel geht noch länger, als ich erwartet hätte. Ich weiß nicht, ob ich ihm das anbieten sollte. Oh, well. Trinkt nicht zu viel. Ist ungesund. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich mal nach den beiden sehen sollte. Okay. Okay. Ach so. Nee, ich dachte, ja, gut. Nee, gut, gut. Ich hab, was ich brauche. Ich hab, was ich wollte. Oh, man, das liegt mir immer noch im Magen gerade. Das ist von eben. Anführungszeichen eben. Hey, Ben. Hey, Ben. See you. Ja. Hey, bis dann. Hey, bis dann. Was? Was? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Es ist all my fault. What for? Why the hell would you do this? They said they had my friend. That he was with them. By the time I realized they didn't, it was too late. They said they'd kill me. Kill all of us. I'm sorry, Lee. You still want to talk to me? Yeah, I do. I'm real sorry. Let's drop it for now, okay? What are you doing out here? I, uh, couldn't be back there anymore. I needed some air. Anything else? I was thinking about talking to Kenny. I guess not. Auf keinen Fall. I'm dead serious about you keeping your mistakes to yourself. I can tell. You get why, right? I guess. You better. See you. Es ist alles wegen dir passiert. Yeah. Merkt ihr das? Hey, Clem. Did you talk to him? I did. He had some, uh... He explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you. But there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Ah, das wird dir nicht so gefallen. Sorry, wenn ich gerade gegen mein Mikro gekommen bin. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. Yeah. Okay. What do I mean with one of these? First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. The aim. You look right down the top through that notch. Line up the side at the end with your target. Is there anything else I should know? Yeah, it's can töten. Squeeze the trigger. Steadily, okay? Don't give it a quick yanker pull. Steadily. I can do that. Every time. It'll be tough, but just remember to do that. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. I'm ready. And Superdose. Ah, nee, Superglas. I thought we were going to do it. I can do it. Good. Don't lock your elbows. Okay. Let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to... Die Knarre hängt in ihr. Das ist ein bisschen eigenartig. Ah. Es ist schwer, selber zu zielen. Das war zu hoch. Bam! Wo kommen die ganzen Flaschen her? Das ist nochmal ein bisschen unpraktisch. Man muss nochmal gucken, wo sie zuerst trifft. Und dann das irgendwie abschätzen. Bam! Headshot! Jetzt weiß sie immerhin, wie sie sich verteidigen kann, wenn sie eine Waffe hat. Das ist wichtig. Dies ist important. So, im Rucksack, meinte er. Was hat hier so eine... Ich dachte, ich schneide jetzt einfach die Haare ab. Wäre ein bisschen assig. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Well, das könnte wieder passieren. Und wenn es ein Walker ist... Wir müssen es schreien. Just eine schreien, right? Wir müssen es schreien, richtig? Wir müssen es kurz genug kreien, damit wir nicht mehr schreien. Okay. Und wenn wir das dann machen? Ich glaube nicht. Nicht mord. Das ist ein gutes Ding. Was muss, das muss. Äh. Wie schwer kann es sein? Ich werde so ein Junge sehen. Jetzt. Also, du hast jemanden vorhin. Ja. Ich bin glücklich, dass du mir endlich gesagt hast. Ich auch. Du hast jetzt viele Dinge verhört. Ja, Walkers sind Fressmaschinen. Ich bin froh, dass du dir Mütze hast. Ach ja, wir haben ja noch die Karte. Hier habe ich die Karte. Hi. Ich will über Savannah sprechen. Savannah. Und was wir tun, wenn wir da sind, wissen wir nicht, was zu erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. Das ist, wir sind ein Team, weißt du? Und ein Team braucht ein Plan. Außer von allen anderen, wenn dieses Train stoppt, wir und ich sollten genau wissen, was wir tun. Ein Plan. Kleine sind gut. Ich habe nie welche. Ich denke, wir sollten nach deinen Eltern schauen. Wirklich? Ja. Du musst wissen, ob sie okay sind. Wenn sie nicht sind, was sie passiert? Ich bin sicher, dass sie okay sind. Ein Hotel oder sowas? Klingt nach Plan. Ich bin sicher, dass sie okay sind. Ich bin sicher, dass sie alle sind. Ich bin sicher, dass wir ein Plan haben. Und du bist ein guter Schatz. Danke. Was ist jetzt los? Wer wurde nun schon wieder gefressen? Noch eine Hiobsbotschaft vertrage ich heute nicht. Was ist jetzt los? Oh, come on! Fuck, 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 fuck! Vielleicht können wir laufen? Das ist fucking dumm, Ben. Ich bin nur gesagt. Hm, ich weiß nicht. Ich habe nicht viel Erfahrung mit y'all's Fortitude, aber wir können wahrscheinlich mit das. Wir haben ein train. Das Ding zerfetzt uns alle. Das ist eine Crew hier. Das ist nicht Sch***. Das? Yo, du kippst so wie das und du wirst dein Gesicht ausfüllen. Wer seid ihr denn? Ihr seid ihr in der Fall? Weil wir könnten einfach gehen. Misstrauisch. So ein bisschen, ja. Ich kann schon verstehen, dass er jetzt so bitter ist, aber wir müssen gucken. Wir brauchen jetzt wieder jede Hilfe, die wir kriegen können. Come up there. You better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Bleh. A group of guys is what we need. There what you think we need. We're doing fine. Ihr seid zu zweit. What about when... Stop it. Hey dude, I'm Omid. Omid, okay. Christa, wants to deal with the train? We're driving it. Oh man. Tss. Look, you want to help us out? We could use some able bodies and... Yeah, we really need some help. What's in it? Oh, Sch***. Goddamn, you guys have a kid. What are you doing up here? You know how long it's been since I've seen a kid? Sch***. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great. See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. I was actually incarcerated. Sick. Do you have any prison tats? Yeah. Didn't make it that far. And everybody down there, they're cool? Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, a four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. 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 We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. Wenn wir es runterkriegen, ohne dass das Ding explodiert, ja. Dann geht denn das Kapitel noch? Kann ich dagegen treten? Hm. Sonst irgendwas? Nee. 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 Was soll ich denn hier? Ein Generator. Von den Dingern hab ich die Schnauze... Moment mal. Ein Stoppschild. Genau, was wir brauchen. Nicht wirklich. Es ist Stoppi, das Stoppschild. Also wie gesagt, Leute, es tut mir unglaublich leid, dass ich so moonwauke. Nee, dass ich so wenig sage, aber das ist schwer irgendwie. Es ist hart. Sie ist ein bisschen pissig, sie ist ein bisschen Lilly 2.0, aber nicht mal ganz so schlimm. Und er hat so ein bisschen was von Ben, nur ein bisschen schlauer. Let's go talk to your people, man. Oh, me. What? Er ist cool, nur sie ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist Omeet und Krista. Krista. Was? Ich weiß nicht. So wie ich gesagt habe, wir können ein paar gute Leute nutzen. Wir wollten nur sagen Hallo und sagen, dass ihr trainant ist ziemlich cool. Aber wir sind nicht in der Charity. Wir können euch ermöglichen, aber... Vielleicht. Es ist Zeit, dass wir mit dem fahren. Omeet und Krista werden helfen, und wir werden über das Verdammte Tanker gehen. Wir sind froh, dass wir wieder auf diesen Tanker gehen gehen. Wir werden sehen, ist das. Wir wollen das. Wir wollen in dieser Tanker gehen? Ich werde die Frau für einen Moment kennen, wenn du mir nicht verankert. Und warum zeige ich dir nicht, wie das Ding funktioniert, wenn etwas passiert ist. Wirklich, Kind? Es ist wahrscheinlich für das Beste. Niemand möchte einen Blick in die Station da auch haben. Sieht gut. Lass uns das Ding machen. Gut. Choo-choo, ich mach mich auf dem Weh. Ich glaube nicht, dass das schlechte Menschen sind. Ja, ich glaube auch. Gut, gehen wir. Hä? Oh. Ich hab mal ein gutes Gefühl bei der Sache. Survivors inside. Ja, ich frag mich, ob das immer noch der Fall ist. Was ist das denn? Farbeimer. Ja. Jemand hat hier sehr viel gemalt. No shit, Sherlock. Autoteile. Müssen wir nur noch irgendwie reinkommen. Wände eintreten, kann ich... Achso, ich kann mir die nochmal angucken. Warum? Hier noch irgendwas... Ach, guck mal. Pff. Ja. Nee, das ist Holz. Komplett dicht. Ach. Oh, Moment mal. Dann, hallahopp. Dann, hallahopp. Dann, hallahopp. Dann, hallah. Jenny, wir haben ihn bestimmt, dass er mich davon erscht hat. Which, das ist tatsächlich. Das, das wird eigentlich besser, jetzt, als wir die Zeit haben. Ich glaube, ich hab ihn öffnet. For real? I think so. For real? Well, I'll be damned. Ich habe mal ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe das Gefühl, da ist alles schon aufgebraucht. Entweder wurde hier alles schon gelootet, oder... ...ein Schweißbrenner oder Lötflamme. Bunsenbrenner, Superbrenner, was weiß ich denn. Das wiederum könnte ein Problem werden. Das saugt. Was haben wir denn hier? Irgendwas muss hier sein. Guck mal da. Na gut. Clemmy, dann brauche ich nochmal deine Hilfe. Heuer! Oh-oh. Ich mag sie... Hä? Oh, hey, Großer! What the... Scheiße! We're busy! Oh-oh. Achso! Nein! Drücke weh um zurück zu... Ich guck da immer... Du hast ziemlich starke Hände, mein Freund. Mein Freund, du... Mein Freund, sie haben ziemlich starke Hände. Möchte ich nur mal so sagen. Ihr habt ziemlich starke Hände, einfach mal so reinzugreifen. Ich bin doch keine Zuckerwatte! Ich bin doch keine Zuckerwatte! Jetzt kriegt er aufs Maul. Jetzt weiß ich Bescheid. Nö! Arschloch! So. Jetzt aber. Weh! Mega weh! Hebe! Hebe doch auf! Du Wichser! Shit! Ne! Piss auf! Fkopf! 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 Noch wer? Noch wer ein Stück? Fkopf! Oh-oh! Es ist okay, es ist okay. Alles ist okay. Oh-oh! Scheiße! Dankeschön! Ja! Dann mach doch! So, du kommst hier rein. Du Blöderwüchser! Lässt ihn drü- BÄM! Nee, nicht wirklich. Es lief ziemlich scheiße. Verkloppt, verkloppt und erschossen. Ja, funktionierte ganz gut. Zwei davon habe ich verdroschen, den letzten habe ich einfach erschossen, weil mehr danach war. Jetzt fang nicht so an. Die letzte deiner Art haben wir auf der Straße gelassen. Und mit deiner Art meine ich diese paranoide Scheiße. Vielleicht ist sie auch übervorsichtig, ich weiß nicht. Sie ist auf jeden Fall nicht so paranoid wie Lily. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen schade. Es wird passen. Ja. Wir haben es. Holla! Jetzt gehen wir raus. Was haben wir gelernt? Ich bin nicht bereit für eine Schraube. Na. Nein, Clem. Wir haben gelernt, dass alles, was wir tun werden, ist gefährlich. Wir werden besser, smarter und schneller. Okay? Okay. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas vom Wert? Nee. Ist nicht. Hier vielleicht? Nee. Nichts mehr. Jetzt ist empty. Jetzt ist leer. Horrorszenario. Tür geht nicht auf. Warum haben wir jetzt den Bunsenbrenner liegen lassen? Beziehungsweise hat er ihn in seine unendliche Tasche gesteckt, oder was? So. Oh, Meat scheint cool zu sein. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie vertraue ich ihm. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu... Ja... Ich weiß auch nicht. Ich bin noch selber kein Jesus. Wie hab ich das Ding überhaupt hochgekriegt? Nur mal so. Das Ding sah schwer aus. Loch stopfen. Ich hab doch Klebeband. Ich hab Klebeband. Ich hoffe, das hält. So. Hau weg, die Scheiße. Aha! Das ist verrückt. Schau an sie gehen. Wir haben es gerade übernommen. Woah. Danke. Kein Schmerzen, Mann. Alter. Er hat uns gerade gerettet. Er hat uns gerade gerettet. Und holy shit ist das Kapitel lang. Nur mal so. Das ist... Mir echt jetzt mal aufgefallen. Das Kapitel ist irgendwie gefühlt länger. Ich komm da echt nicht ran. Du kannst es jetzt erreichen. Oh, verdammt. Du denkst, das wird funktionieren? Mann, du kattest Metall mit Feuer. Wie könnte es nicht? Ich glaub für... Ich glaub für... Die wege Portion der Kupplinge ist aus meiner Richtung. Du denkst, es wird in meiner Meinung sein? Ha. Nein. Aber ich werde dich über die Lange drehen. Die Hölle du bist. Ich mag dieses Geräusch. Oh mein Gott. Wie viele sind das und warum? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na komm. Bäm. Nö, 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 nö. Hat das Ding jetzt die Leiter zertrümmert? Oh nö. Sobald der Zug da ist. War schon immer ein Feuerteufel. Was muss, das muss, Dude. Oh, dann bleib halt hier. Jetzt komm schon. Ernsthaft. Jetzt haben wir nicht herzlich was gebrochen. Na komm. Eimer. Ist doch gut, Mann. Undankbare Frau. Was kenne ich dafür, wenn du so scheiße springst? Ich hätte ja auch runterstoßen können. Ich hatte die Option. Mal ohne Scheiß, das sieht sogar tatsächlich lebendig aus irgendwie. aus. Ich werde noch nicht drücken. Aberciessen ist zwischendig. Und man muss natürlich die Schmerzen. Oh. Wo kommen die Frequenzen her? Was? Egal, was da los ist. Das ist ultra gefährlich. Da ist irgendwer mit irgendwas. Da ist es. Wenn ich dich wäre, würde ich jetzt aus der Straße gehen. Wer ist das? Antwort auf mich, verdammt. Also, wenn du uns über die Radio erzählst? Wer mit dir gesprochen hat? Wenn du hier zurück kommst, werde ich dich töten. Verstehst du? Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Boah. So. Äh, du hast... Ja. Das ist... Die Entscheidung, sie zurückzulassen, ist hart. Aber... Es ist simpler. Aber man bekommt sonst nichts, habe ich das Gefühl. Weil die kommen ja dann alle direkt auf eins zu. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Ernsthaft, Leute haben Lilly noch mitgenommen? Ganz ehrlich, du nimmst niemanden mit, der deine eigene Truppe erschossen hat. Das... Wow. Echt? So viele haben sie mitgenommen? Das ist... Wow. Welchen hätte ich nie gemacht? Da habe ich kaum noch überlegen müssen in dem Moment. Ja, mit Kenny habe ich mich gekloppt. Das war... Ja. Ja, Duck erschossen. Das haben fast alle. Holy shit. Äh... Nicht geholfen ist auch eine Sache. Man gibt mir zuerst die Möglichkeit, ihr zu helfen. Hallo? Was soll ich denn machen? Also das war... Das kann man ja wohl kaum Entscheidung nennen. So mehr Reflex schon eher. Sie war halt die erste, die da war. Also habe ich gedacht so... Ja, ich hole sie schnell rauf und dann den nächsten. Aber das... Soll man ja wissen, dass das eine Entscheidung ist. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. Mal. 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 Mal.